Die Schübelung zu machen ist wirklich nicht so einfach, wie ich mir das vorgestellt habe. Vor allem die Schübelung zu füllen mit den Därmen. Da muss man ein bisschen geschickte Finger haben, ein bisschen das Geschick, dass man ein bisschen Feingefühl beweisen, dass der Darm nicht platzt, wenn man zu wenig Druck mit den Händen darauf gibt. Es muss wirklich durch die Hände fliessen. Ich glaube, die Hälfte dieser Würfungen sind geplatzt.